Hallo! 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 Hast du unterschrieben? Nein, was ist das? Es geht um eine Initiative. Du bist sicher auch gegen Spekulationen von Banken und so weiter. Ja, grundsätzlich. Ja, super. Bist du in Zürich? Ja. Okay. Super. Dann kannst du eigentlich gerade die ersten Ziele unterschreiben. Also, ich schreibe deine Adresse und dann unterschreibe. Und wann unterschreibe ich dann genau? Es geht darum, dass die Banken nicht mehr selber gelten können, aber ich schätze, dass alles nachher zurück geht auf die Nationalbank. Okay, okay. Dass es so wenig Blasen gibt. Genau. Es wird zum sichersten Geld. Und vor allem auch keine Spekulationen mehr. Okay, ja. Es ist auch eine Initiative. Das heisst, in drei Jahren wird das dann vor der Bundesebene und dann kannst du dann rufen. Super. Aber abstimmen. Das wird noch nicht ganz kapiert, aber ich meine, das Volk bringt es immer mal gut, finde ich. Genau. Wunderbar. Danke vielmal. Schönen Nachmittag. Wichtig.